Und ab geht die Fahrt. Boah alter ey, ich schwöre man ey, boah alter ey, ich schwöre. Und ich begrüße euch, guten Tag. Ja Leute, was geht? Hier ist der Tobi und wir befinden uns heute zurück bei Call of Duty Black Ops 2. Und ihr habt es schon im Titel gesehen. Uprising, Maprundgang, das ist heute unser Thema. Es handelt sich hierbei nur um die Multiplayer-Maps, die wir uns ansehen werden. Zum ganzen Zombie-Gedöns einfach nächste Woche Freitag einschalten. Ich denke mal, da wird es wieder soweit sein. Und ich muss gerade mal gucken. Machen das mal eben anders. So. Ich will die Spawn-Punkte gleich sehen. Deswegen mache ich einfach mal Team Deathmatch. Mache einfach mal das Ganze ohne Zeit. Und dann gucken wir uns das jetzt in aller Ruhe an. Ja, die Maps heißen Encore, Magma, Vertigo und Studio. Ähm, ja. Encore. Werden sie zum Rockstar. Übernehmen sie die Bühne und kontrollieren sie die Sichtlinien in diesem Rocker-Amphitheater. Magma. Viele Gefechte auf engen Raum in einer japanischen Stadt voller Lava. Vertigo kämpfen sie durch das höchste Gebäude der Welt, mitten in Indien und übernehmen sie die Kontrolle. Und Studio, die bei den Fans beliebte Karte FireRange kehrt zurück. Dieses Mal als Kulisse eines Hollywood-Studios. Okay. Das könnte geil sein. Na gut. Also, Encore wird unsere erste Map sein. Und dann würde ich sagen, ja, schauen wir einfach, oder? Komm, ab geht's. Da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt. Ich habe mir, ähm, kein Trailer angeguckt zum Mappack. Also, ich gehe so ziemlich unwissend ran. Encore. Oh, in London das Ganze. Aha. Da bin ich ja mal gespannt. So. Platz ist ja egal. Ich könnte gerade mal. Moment, Moment. So. Ich hoffe, Mai, habt ihr es nicht doppelt gehört die ganze Zeit. Das wäre natürlich Trage. So. Ähm. So. Spawnpunkt Nummer 1. Ja, geil. Granate, wenn ich aktiv für zwei Sekunden habe. Ich muss gerade mal ein bisschen weiter sagen. Boah, wie unvorbereitet ich bin. Wenn ihr das übrigens seht, bin ich schon im Urlaub. Haha. Ich bin nämlich jetzt für vier Tage im Urlaub. Freitag bis Dienstag. So. Was haben wir hier? Wir haben eine Bar. Wunderschön. Unbelievable. So. Und deshalb will ich auch, der nicht kaputt geht. Naja, okay. Der ist zwar kaputt, aber egal. So. Was haben wir hier? Wir haben Gläser. Was machst du? Okay. So. Oh, es leuchtet. Es leuchtet. Es leuchtet. Mutti, es leuchtet. Und weg ist es. Okay. Also die Map ist auf jeden Fall schön bunt. Das Wasser ist natürlich wieder top animiert. Da ist das London Eye. Alter, geil. Da müsste jetzt hier irgendwo der Big Ben auch sein, oder? Oder ist der schon abgerissen 2025? Normalerweise vom London Eye. Ich kenne das ja so ein bisschen. Kommst du hier über die Brücke. Und hier ist dann eigentlich... Na, egal. Wir wollen mal ein bisschen die Map erkunden. Männer. Würde sagen, hier dürfen wir rein. Oh. Hm. Oh, was ist denn das? Ah, okay. Boah, ich hab heute... Ah. Boah. Wieder Erbsen. Ah. Bohnen und Simpsen bringen dem Arsch zum Grinsen. Egal. So. Ja, hier hast du wahrscheinlich dann immer Kabinen hier, wo du einscannen musst mit deiner Hand. Oh, der Spiegel sieht gesund aus. Aber die Schüsse hält er aus. Dann will ich mal wissen, was den Spiegel kaputt gemacht hat. So. Wunderbar. Oh, das ist... Wenn man auf... Kann man auf die... Ja, man kann natürlich hier drauf. Das war natürlich logisch. Okay, das sieht ziemlich geil aus. Kommt man... Man kommt da jetzt nicht hoch, oder? Okay, ich wollte schon sagen. Sieht alles recht nett aus. Jetzt was zu futtern. Aha. Rubbish Recycle. So, was haben wir hier drüben? Ich achte ja gerne auf solche Details. Was ist das? Da muss ich passen. Da weiß ich nicht, was das ist. 2025. Alter, was denn in London alles gebaut wurde, du? Hier wird nicht... Alter. Die Segel bewegen sich. Activision, was habt ihr gemacht? What the fuck? Die Segel bewegen sich. Beziehungsweise hier die... Na, ihr wisst schon. Alter. Lol. Die haben eine Animation. Alter. Aber trotzdem, so eine Animation. Wow. Ich bin begeistert. Okay. Das hier könnte ein Spawnpunkt sein. Oder halt einfach zum Vorräte hinwerfen. Kann man hier runterfallen? Oh ja. Boah, das Wasser sieht auch richtig klar aus. Einfach so. Moment. Mal kurz anders hinsetzen. Ne, das Wasser sieht auf jeden Fall klar aus. Ja, da habe ich sie gerade noch gelobt für die Segel und dann solche Pixelschatten. Toll. Na ja. Sieht von außen aber geil aus. Typische Telefonzelle. Und hier kannst du so rumgehen. Kommst du hier hoch? Kommst du auch nicht hoch. Kommst du überhaupt... Wollt gerade sagen. Ach du Mut. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gucken wir uns zum Schluss an. Was haben wir hier noch? Ich bin halt jemand, der nicht einfach drauf losspielt, sondern sich vorher vielleicht ein bisschen umguckt. Ach hier sind wir schon wieder bei uns drüben. Ah. Ich hier verstellen. Kann sein, dass die Map irgendwie verdammt klein ist. Aber guck mal. Ich laufe jetzt... Na ja, okay. Verdammt klein ist falsch. Jetzt bin ich ja schon hier. Okay. Hier kommt man also in die Mitte. Jetzt ist die Frage. Was kann man hier in der Mitte so machen? Weil sich hier rumzutreiben ist doch eigentlich der Tod. Hier kommt man hoch. Da kommt... Kommt man da hoch? Nee, kommt man nicht. Nee. Ist das hier noch so? Hier kommt man hoch. Hier. Ach du Scheiße. Ah. Was? What the? Jetzt hat mich die Map verwirrt. Stage 18. Attention. Entry Pro... Pro-rebitant. Pro-protective-equipment. Ah ja. Ich brauch einen Helm. Ich brauch Schuhe. Ich brauch Kopfhörer. Und ich brauch eine Brille. Hab ich nicht. Kann ich nicht spielen. Tut mir leid. Oh, das ist ja... Das ist ja richtig süß. Lol. Hört mal hin. Hier natürlich. Aber hier. Hört hin. Ich brauch einen Eiskalt. Und Geräusche. Nice. Das haben sie gut gemacht. Trotzdem bin ich verwirrt. Hier kommt man nicht rein. Nee. Kommt man auch nicht hoch, oder? Kommt man hier nicht hoch? Nee. Nee, kommt man nicht. Okay, aber das ist ganz geil. Und hier bist du dann halt der Ultra-Mega-Star. Wuhu. Ach du Scheiße. Kommt man da rein? Na, das ist ja... Na, das ist ja... Ja, so. Da weißt du Bescheid. Hier ein Taktik-Einstieg. So. Hier Claymore. Und dann... Ja, Mama. Ich komm gleich. Ja, ähm... Ja, das sind immer die geilsten. Okay. Alles in allem ist die Map aber ganz nett, ne? Ist halt, ja... Verdammt kompliziert, muss ich sagen. Und es ist halt schade, dass man hier nicht auf diese Ränge kommt. Wom kommt man da ja nicht hin? Ja, stimmt. Ist definitiv zu hoch. Ja, da komm ich nicht drüber. Na, geil. Auf die Kiste komm ich natürlich auch nicht. Aber hier komm ich natürlich ohne Probleme rein. Kann man hier hinterlieben. Okay, ich wollte schon sagen. So. Hier. Lol. Ist umgefallen. Cool. Nochmal. Okay. Gut, also... Das war Encore. Erster Eindruck, äh... Die Gänge sind sehr... Ja, also es ist nicht dieses typische Rechtsgang, Linksgang, Mitte. Du kommst in die Mitte durch drei Eingänge, eigentlich. So wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Das ist eigentlich so... Ja, bringt ein bisschen frischen Wind in die ganze Geschichte. Aber ist meiner Meinung nach irgendwie auch recht klein. Also, weiß nicht. Naja. Äh, nächste Karte wäre Magma. Das wird ja witzig. So. Und ab geht's. Magma. Kat... Nee. Kita... Kischu. Kita. Kindergarten. Was? Kindertagesstätte. So. Ähm. Wo sind wir? Oh. Die Map sieht auf jeden Fall größer aus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich durchblicke das doch gar nicht. Und warum ist das eine Stadt voller Lava? Hauptsache, das tut mir nicht weh. Hm. Schön. Ich brenne. So. Gehen wir gleich mal nach rechts. Ähm. Das heißt übrigens Sexshop. Sieht man ja. Ne? Eindeutig. So. Lol. Was soll das? Wir fliegen über Lava-Partikel rum. Alter. Alter. Leck mich. Was ist das denn? Das ist ein Vulkan. Ich weiß. Nicht schlecht. Atemberaubende Kulisse auf jeden Fall. Boah. Respekt. Willst du mir irgendwas hier oben? Kann ich irgendwas machen? Ne. Ähm. Ja. Ja. Straßenbahn. Ja. Äh. War mal eine Straßenbahn, so wie es aussieht. Ja. Hier. Da liegt sie. Hm. Entzweigebrochen. Okay. Die schöne Aussicht. Natürlich überlebt so ein Fall. Der wird auch nicht irgendwie. Der verglüht nicht. Niemals. Oh ja. Hm. Deliziös. Nom nom nom. Was habt ihr hier so? Sushi. Woll. Singt die Katze oder frisst die Eis? Das ist bestimmt japanische iTunes-Werbung. 2 Liter für 3000 Euro. Ja. Hier. Kannst du iPods gewinnen? Ne. Doch. Oder sind Tickets? 200. Was ist das? Okay. Hier wieder selber. Ach. Hier ist sie wieder. Ja. Abzockerkatze. Ich geh jetzt vielleicht durch die Straßenbahn. Moment. Ähm. Ähm. Lol. Aber hier kannst du eigentlich nicht doch... Geh dir das doch mal an. Das verglüht doch alles bei der Hitze. Auch das hier. Du willst mir doch nicht sagen, dass das über einer Lava-Quelle liegen bleibt. Aber wir sterben, ne? So. Ach du Scheiße. Wo sind wir? Sind wir... Ja. Wir sind ganz normal am Anfang. Okay. Durch die Mitte gehen wir gleich. Keine Sorge. Jetzt laufen wir mal hier. Ihhh. Was ist das? Alter. Alter. Boah. Stimmt. Alter. Bäh. Guckt mich nicht so an. Ihr seid fischies. Geht weg. Geht weg. Bäh. Guck dir das doch mal an. Ihhh. Ihhh. Äh. Nein. Weg hier. Oh. Eklig. Das hier ist trotzdem heftig, muss ich sagen. Das ist echt heftig. Dann kann man aber drüber gehen. Hier gehen keine Fernseher mehr. Okay. Hier ist die Straßenbahn. Hier können wir jetzt weiter gehen. Oh. Hier. Das Straßenbahnnetz. Train Information. Ich möchte bitte dahin. Dahin will ich. Oh. Ähm. Okay. Scheint ein größerer Bahnhof zu sein. Eieiei. Hier würde ich jetzt drüber kommen, ne? Jo. Lol. Auf einmal hat der Controller vibriert und ich fall um. Okay. Also da, 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 da. 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 Lol. Ist, Gott sei Dank, nicht übertrieben. Hier möchte ich bitte meinen Kacki-Einstieg platzieren. Hier darf ich nicht lang drauf laufen, oder was? Doch, hier darf ich drauf. Alter, jetzt muss man erstmal durchblicken. Darf ich hier drauf? Darf ich mal drauf? Darf ich hier auch drauf? Okay. Alter Verwalter, ey. Das ist nicht schlecht. Okay. Jetzt waren wir hier. Wow. Stimmt, da durfte ich ja nicht ganz so lange drauf, weil hier ist ja, ne? Tut ja ein bisschen weh. Das ist trotzdem nicht schlecht. Wird man da an? Ja. Aber der Straßenpfeiler steht noch, dann ist alles gut. Aber mein Tomo kann dort liegen bleiben, oder was? Hm. Ja, da hilft die Feuerwehrsirene, glaube ich, auch nichts mehr. Oh, was ist das denn? Ne, da kommt man nicht durch. Ja, hier, das ist dann für die K9 Unit, also für die Hunde, die auch hier irgendwie reinkommen. So, hier kannst du auch gammeln. Boah, was sind das für geile Polizeiwagen. Kennt jemand diese Marke? Ich nenne sie Arornblatt. Oder darf ich nicht drauf? Ja, ich weiß. Oh, komm ich. Das probiere ich jetzt nochmal. Dürfte aber, glaube ich, nicht gehen, oder? Würde mich jetzt sehr wundern. Ne, keine Chance. Wo komme ich jetzt hier hin? Okay. Ja, aber hier kann ich drinstehen. Na toll. Hier musst du aber trotzdem bei deinem Übel aufpassen, wo du hinläufst. Die Katze ist schon wieder. Bitch. Hier ist wieder Begrenzung. Okay, die Map ist definitiv größer als Encore. Hat viele, viele Einzellelemente. Ach, hier, Sushi-Bar. Ich will das Sushi haben. Ultra-Plexiglas. Na gut, na gut. In der Mitte waren wir ja schon. Also das ist auch hier sehr komplex, aber man hat sich schon Mühe gegeben. Es ist halt ein bisschen, ja, verwirrend, wo du jetzt hin darfst, wo nicht. Es ist, äh, gar nicht so einfach. Na gut. Ah, die Stelle gefällt mir noch so ziemlich mit am besten. So. Am besten hier die B-Flagge hin. So. Hier. Da so. Da. Na gut. Was ist das denn? Ich sag doch, hier ist ein Sexshop in der Nähe. Ach, das ist Eis. Äh. Der Herz, das Eis. Ich sehe es genau. Und der Muffin. Der guckt mich an. Alter, man denkt die ganze Zeit, das Bild bewegt sich. Also ich zumindest. Ja, ich bin natürlich gestört. Okay. Hier kann man hoch. Dann würde ich sagen, aber es fällt mir auf, es gibt bei beiden Maps keine Häuser, wo du noch großartig hochgehen kannst in die oberste Etage. Du gehst rein, hast ein Fenster zum Gucken. Wobei das ja schon, ne, mit einem einzigen Zugang. Das heißt, hier wieder die Claimor hin. Und dann guckst du hier, was abgeht. Okay. Gut. Das war also Magma. Unentschieden. Wegtreten. Unentschieden. Wegtreten. Ja. Interessant. Gut. Dann gucken wir uns jetzt mal die nächste Map an. Vertigo. Das Hochhaus in Indien. Da bin ich ja jetzt mal gespannt drauf, du. Bestimmt irgendwo hier. Ne? So ein Ultra-Mega-Wolken-Kratzer so an Abu Dhabi in Mumbai ist das Ganze. Bestimmt so Abu Dhabi-mäßig nachkommen. Alter, guck dir an, wie hoch das Teil ist. Du hörst es, ne? Hier. Du hörst den Wind. Okay. Boah. Und da unten kannst du bestimmt irgendwie springen. Boah, Alter. Überleg dir das mal. Wie das hier wackelt. Alter. Alter. Lol. Der Smog liegt über der Stadt. What. The. Fuck. Bin ich jetzt ein bisschen geflasht von. Alter. Nur mal testweise zum Gucken. Ich finde das toll, wie man immer schon in der Luft steht. Da, wo bin ich? Komm ich hier runter? Komm ich da rüber? Dolphin Jump! Jawohl. Man kommt von dort nach hier. Das wäre ja bewiesen. Ohne Leitung. Ach du Scheiße. Alter, ohne Witz. Das ist krass. Das ist einfach nur krass. Du kannst hier überall runterfallen. FPS. Ey. Ohne Witz. Das ist. Nicht schlecht. Okay. Und hier sind wir gestartet. Und dann setzen wir mal. Unseren Weg vor. Da muss noch. Und das wenn ich auch mit dem Grunde halte. Boah. Das ist echt. Äh. Das macht einen Eindruck, Jungs. Das sag ich euch. Doch. Oh. Sexy. Okay. Oh. Hier muss man wieder verdammt aufpassen. Also hier kannst du nicht einfach mal so durchrushen. Hier, ja, okay, aber... Oh, kann ich da rüber? Okay, komm ich... Kann ich auf die Leiter? Ähm, ähm, Alter. Ja, sag mal, das ist ja hier ein Jump'n'Run-Game. Ich weiß, dass ich jetzt durch die Mitte laufe, aber... Ohne Witz, hier musst du ja richtig aufpassen, dass du A nicht runterfällst. Und wenn du hier irgendwie dem Gegner entkommen willst, musst du ja ein paar Jump'n'Run-Einlagen machen. Oh, das ist übrigens mein Hund. Kennt er ja. Hier sieht auch alles super aus. Das, ähm, ist Kunst. Schwarze Kunst. So. Lol, Lordstar. Wurde der hier gebaut? Oh, das war fertig. Entschuldigung. Ohne Witz, die Map ist heftig. Die ist echt heftig. Also hier kannst du nicht einfach mal eben kurz von Seite A zu Seite B rushen, ohne hier irgendwie... Äh, Gefahr zu laufen, irgendwo runterzufallen. Der Imperator. Laptop. Hält alles aus. Hinter der Tür ist natürlich schwarz. Hm. Okay. Dann komm ich doch hoch. So. Grund. Kunst. Sexy. Aber heftig, ne? Wie der Smog hier über der Stadt liegt einfach. Das ist schon... ...nicht schlecht. So, hier waren wir schon. Boah, wir müssen uns gerade erstmal zurechtfinden. Das ist... Hm. Gar nicht so einfach, wie es vielleicht für euch aussehen mag. Oh, wo geht's denn hier hin? Ist das... Ist das ne VTOL-Einheit? Klar ist das ne VTOL-Einheit. Lol. Der Spieler fliegt die dann gleich von hier aus, oder wat? Landing Deck A. Passenger. Two of forty. Ready und ready. Und der Rest nicht so. Nice. Komm ich hier rein? Nie, ne? Nie. Im Leben. Nie. Never ever. Niemals wollte ich jetzt sagen. Boah, Alter, du musst hier so aufpassen. Jetzt ist meine Frage. Wenn ich normal renne und hier rüber laufe, falle ich rund. Nicht runter. Noch in letzter Sekunde X gedrückt. So. Jetzt gehe ich mal nochmal zu dieser Jump'n'Run-Einlage. Wo war denn das? Komm ich hier hoch? Nee. Komm ich hier hoch? Nee. Boah, Alter, die Map macht mich fertig. Komm ich auch nicht hoch? Alter. Jungs. Was soll das? Ohne Witz. Achso, jetzt kommt hier... Wie mache ich denn das jetzt? Wenn ich jetzt... Ich muss mal gucken. Wo kann man denn hier über... Du kannst von da an die Leiter springen und von der Leiter nach oben. Oh mein Gott. Und ansonsten geht's nach unten. Kann ich auch von der Leiter zurückspringen? Das ist jetzt die Frage. Warte. Nein, das ist verdammt schwer. Alter. Boah ey, da können sich ja ein paar dran probieren. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr kompliziert. Aber ich bin ja auch ein... Dummy. Oh. Oh. Ähm. Huch. Claw MK2. So, ich komm da jetzt. Alter. Boah. Alter. Ohne Witz. Die Map ist heftig. Ich weiß nicht. Das wird sich online zeigen, wie die Spieler damit klarkommen, weil... Lauf mein Junge. Weil das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz anderer Map-Stil. Also hier... Boah. Hier ist mal klarkommen. Das ist ja Punkt 1. Alter, Chinese. Okay. Das war also Vertigo. Boah, das ist, ähm... Schon eine Map der etwas härteren Sorte, sag ich mal. Also da musst du erstmal mit klarkommen. Das ist meiner Meinung nach wirklich schon sehr komplex. Und für den typischen COD-Spieler könnte das schon zu viel Denken bedeuten. Okay, letzte Map. Studio. Oh, Wiederbelebung von Firing, Mensch. Da könnte ich mich ja eigentlich auskennen, Mensch. Wenn ich jetzt die Maps platzieren müsste, ähm... Wie wir sie bis jetzt gespielt haben, würde ich sagen... Ähm... Vertigo. Dann an zweiter Stelle Encore und danach Magma. Aber jetzt kommt erstmal die Map hier. Ah. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß genau, wo wir sind. Diese Map ist also genau Firing Ranch. Tatsache. Alter, ist das geil. Hier ist jetzt eine Leiter nach oben. Boah. Leute, Leute, Leute. Die, die von euch Black Ops 1 gespielt haben, ne? Die wissen, was hier abgeht. Also die Map kenne ich in- und auswendig. Dann ist das kein Problem. Hier geht's rein. Hier kannst du hoch und du gehst rechts raus wieder. Ja, ja. Boah. Das kennt man. Das kennt man einfach. Boah. Richtig nice. Cool. Geht'n hier. So. Loll. Alter, richtig geil. Danke an die Entwickler. Das ist sehr, sehr cool. Gold. Juhu. Stand bei Black Ops 1 und 2 Kisten. Jetzt kannst du hier durch den Tunnel wetten. Hier kannst du auch links wieder rein. Natürlich. Boah. Das ist natürlich richtig geil. Die Map kenne ich dann auch wirklich in- und auswendig. Ich freue mich. Hier oben der Turm. Kommst du aber nicht rein, ne? Immer noch nicht. Kommst du aber jetzt nach hier drüben. Ja, das kennt man. Das kennt man. Oh. Ah, hier ist kein Dach mehr drüber. Ja. Aber hier kannst du... Ja. Boah. Ohne Witz. Ich feier das gerade. Das ist definitiv jetzt erstmal meine Favorite Map. Ähm. Geh weg. Alter. Wie geil ist das denn? Dreht sich das? Ne. Leider nicht. Da kommt man... Kommt man da drauf? Boah. Das ging in Black Ops 1 immer. Da ist man da drauf gekommen. Warte. Scheiße. Scheiße. Du kannst nicht nach vorne und... Naja. Okay. Macht nichts. Aber richtig geil gemacht. Lol. Hier kannst du auch noch... Alter. Krasse Scheiße. Boah. Mit der Map werde ich mal einen Spaß haben. Das verspreche ich euch. Alter. Wie geil. Das feiere ich. Das feiere ich echt. Boah. Das Kleid will ich haben. Okay. Fire Ranch dürften also ganz ganz viele von euch kennen. Und die Map ist nicht groß. Das war eigentlich schon alles. Wir gehen jetzt nochmal da oben in den Turm rein. Boah. Das ist ja richtig genial gemacht. Aber richtig genial. Die Kisten kommt man nicht. Hier kannst du halt raus gucken. Boah. Finde ich echt geil. Finde ich echt geil. Cool. Also wenn wir jetzt eine endgültige Platzierung vornehmen. So. Studio. Das war's. Natürlich auf der Nummer 1 Studio. Ganz ganz klar. Ähm. Gibt's keine zwei Meinungen meiner Meinung nach. Keine zwei Meinungen meiner Meinung nach. Aha. Aha. Witzig. Nein. Und dann muss ich sagen. Auf Platz 2 würde ich. Ich würde Encore auf die 2 nehmen. Ich geh jetzt nur nach erstem Eindruck. Ich würde Encore auf die 2 nehmen. Weil die Map einfach. Ja. Sie hat nen. nicht ganz so komplizierten Aufbau. Wie jetzt verglichen halt mit Vertigo. Und du kommst halt auf der Map. Äh. Relativ leicht klar. Also dort findest du dich leicht zurecht. Geht keine großartigen Verschnörkelungen. Du hast ein paar Gänge in die Mitte. Du hast ein paar. Äh. Du kannst halt ein bisschen zur Mitte hingucken. Und kannst halt außen rum gehen. Könnte um 6 gegen 6 ganz geil werden. So. Dann auf Platz 3. Vertigo. Denk ich mal. Die Map. Ähm. Ja. Ist. Ziemlich speziell. Muss ich sagen. Also das ist schon. Ja. Sehr sehr viele zusätzliche Einlagen. Also du musst aufpassen. Dass du nicht runterfällst. Dann auf Leitern springen. Dich dann rückwärts irgendwo hin hechten. Aufpassen. Dass du dabei nicht runterfällst. Und beim Leiter hochklettern nicht runterfallen. Und. Boah. Ganz ehrlich. Ich muss sagen. Das ist schon. Ja. Eine Map. Die man so noch nicht hatte. Und. Auf dem letzten Platz. Ähm. Beziehungsweise. Der vierte Gewinner. Ähm. Ist. Dann in dieser Kategorie Magma. Ich hab mir von der Map. Mehr erhofft. Weil sie ist. Sicher. Sehr sehr imposant. Ähm. Durch die ganze Lava. Etc. Etc. Aber. Ich weiß nicht. Die ist irgendwie. Es ist. Außer der Lava. Nichts spezielles. Du kannst nicht sagen. Die Map ist einfach aufgebaut. Du kannst nicht sagen. Die Map ist kompliziert aufgebaut. Die Map ist halt. Ja. Ist halt eine Map. Wäre für mich jetzt so eine Standard Map. Wie zum Beispiel. Keine Ahnung. Raid. Oder so. Irgendwie so mit in der Kategorie. Und ja. Firing Ranch. Beziehungsweise. Äh. Studio. Studio. Wie auch immer. Sehr sehr geil. Definitiv Platz 1. Vertigo. Eine komplizierte Map. Die man erstmal durchblicken muss. Die landet bei mir auf Platz 3. Und Encore auf Platz 2. Ja. Und in diesem Sinne. Soll es das gewesen sein. Mit dem Map Rundgang. 35 Minuten. Halleluja. Mädels. Ich bin raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Und schöne Pfingsten. Etc. Tschüss.